So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Anna Supply Games & Ball! Ich weiß noch nicht wie der Part ankommt, weil der nächste Part erst in einer Woche rauskommt. Aber da bin ich zu meinen Eltern, da habe ich Geburtstag, feiere ich Geburtstag und dieses Mal habe ich keinen Grafik-Bug. Man sieht wie groß die Map ist, das ist einfach nur krank. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Ich weiß nicht mal was wir jetzt direkt brauchen, was uns fehlt oder sonst irgendwas. Wir erforschen ja jetzt die Bekleidungssachen, dass uns Fastfood und sowas fehlt. Na ja gut, dann ist es eben so. Aber wir müssen eben drauf achten, so die Süßigkeiten und sowas, das muss schon einfach mehr sein. Ähm, das ist ja unser kleiner Gemischwarenladen erstmal. Natürlich kommt dann noch, ob man jetzt so ein ganz hiesigen macht hier hinten noch und dann hier immer kleiner, da kommen wir dann später noch dazu. Hier werden erstmal die riesen Parkplätze gebaut und wir sind auch in Richtung Minusbereich im Moment unterwegs. Was natürlich sehr sehr scheiße ist, deswegen bauen wir noch ein paar Objekte, was einfach, ähm, gehobenes Restaurant. Fastfood, da gibt es auch noch einen Unterschied, Alter. So, ähm, und zwar Geschäfts-Lebensmittelregale. So. Ich schien die noch dazwischen packen. Äh, so. So, so, ähm, da werden wir einfach schon mal Kleidungsständer hier hinten hinstellen. So. Da wäre unser kleiner Laden theoretisch schon voll. Und wir werden mal gucken, äh, zuweisen, zeichnen, füllen, äh, Produkte. Hier war es. Süßigkeiten. Machen wir zweimal hier. Dann machen wir hier noch ein Mars Next rein. Das müsste erstmal reichen, würde ich sagen. So, Kekse brauchen wir jetzt nicht. Wir hatten hier unten noch ein paar Sachen nicht. Hier Spielzeug kommt hier rein. Bettlaken. Ähm, und erstes Hilfe haben wir auch noch ein Tier freigeschalten. Okay. Autowerkzeug. Klopapier glaube ich aber auch noch nicht. Das sagt ein Tierfutter kann in die Nahrung. Okay. Und dann sagen wir mal, äh, Soßen. Äh, wo was finden uns vielleicht noch? Bedarf. Äh, frischer Fisch. Ne, Tierfutter. Das wird gerade nachgeholt. Äh, hm, Bettlaken ist Koch und Asilien. Koch und Asilien, aber die passen halt nicht rein. Ähm, wir brauchen irgendwas mit Essen. Was sollen es? Lebensmitteln. Frisches Fleisch. Ne, Milchprodukte, Kekse, Snacks mache ich gerade. Kaffee und Tee. Das wird es doch gut an. Haben wir Kaffee und Tee hier freigeschalten? Also aus irgendeinem Grund sehe ich hier keinen Kaffee und Tee. Ich weiß nicht, äh, wo das sein soll. Aber gut, dann haben wir es eben nicht. Oder ich bin einfach bloß gerade bescheuert. Wir werden einfach mal Konserven noch hier reinstehen. Die machen wir auch glaube ich noch nirgendwo. Dann machen wir nochmal Süßigkeiten so. Die Dinger werden dann befüllt, soweit wir die Kleidung freigeschalten haben. Und ab geht's. So. Und wir werden mal verwalten. Und zwar das Lager-Büro-Geschäft bekommt noch Einlageristen dazu. Wir brauchen natürlich Tempo hier. Diese Person aber, die beginnt ein bisschen später und zur Hauptzeit sollen eben mehr Leute da sein. So. Passt. Und man sieht sogar hier die Produkte. Was ich alles habe. Schön wäre es, wenn es jetzt noch alles, aber Kaffee und Tee haben wir. Wenn das jetzt alles noch ein bisschen soziierter wäre. Also die Limonade nochmal nach dem Limonade und sowas. Dass man sieht. Okay, wir haben das so und so auf drin. Und da steht das hier unten. Bestandsqualität. Leucht ab. Gewinnspanne. Oh, das ist doch schön. So. Der nächste Tag läuft an. Ich muss einfach nur ein Plus kommen, dann bin ich vollkommen zufrieden. Also wenn wir jetzt in Richtung Plus hochgehen. Was aus. Und ich überlege immer noch, was ich als Spezial am 15. bringe, wo ich Geburtstag habe. 15.3. Da bin ich 20 und ich weiß nicht, ob ich da irgendein Spezial bringe oder sonst irgendwas. Da habe ich echt keinen Platz ins Schwimmer. Und langsam habe ich das Gefühl, unsere Leute kommen mir nicht mehr nach. Deswegen stellen wir einfach in der Nacht nochmal einen ein. Ist das gut so? Aber guck mal, wir nehmen ja kaum noch was ein. Wir machen gerade 700 Minus. Ähm, verwalten, Geschäfts, Personal. So sollen sie eben über Nacht komplett voll machen. Die ersten paar Stunden sind sie allein und danach kommen die Leute dazu. Ich hoffe, das ist so okay. Und dann wird auch mehr hoffentlich hier los sein. Ich glaube, wir werden mal jetzt noch so schnell wie es geht. Ähm, ein Fundament hier drüben bauen. Da werden wir hier drüben einfach nochmal einladen extra bauen. Ah, ich habe nicht genug Geld dafür. Wollen wir mal schnell so ja. Dann können wir nämlich hier drüben Dings machen. Na. Äh, eben nur ein Laden für, ihr wisst schon was. Ich meine. Jetzt komme ich selber nicht drauf, das ist ja mies. Oh, kurz mal stopp, kurz mal stopp. So. Nehme ich für hier, nur für Kleidung. Zwei. Drei. Da haben wir erstmal etwas. So, dass man auch erstmal Geld einnehmen könnte. So. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Tür. Äh, eine einfache Tür, das reicht vollkommen aus. Ähm. Und das Lager werden wir einfach hier drüben mit anbinden. Erstmal. So. Und da ich hier über Nacht die Probleme bekomme. So, jo, du bekommst hier Ratten und sowas. Werden wir uns ein Hausmeister mal nach 18 Uhr. Obwohl. So. Wenn wir den jetzt so hin und her schieben. Ich möchte nicht mehr machen. Das reicht mir vollkommen. Und jetzt müssen wir mal wieder zuweisen. Zone. Geschäft. Da kann man nämlich schon mal das Lager zuweisen. Geschäft. Verwalten. Geschäft. Fünf. Äh. Lageristen einstellen. Geschwindigkeit. Kassierer einstellen. Tempo. Lager einstellen. Lager. Lager. Lager neu zuweisen. Achso, hier Lager zuweisen. Okay. So. Zugewiesen an Lager 2. Geschäft. Das ist auch noch an Lager 2 irgendwie. So. Okay. Gut. Das trifft sich gut. So. Die werden jetzt im Moment zwar niemanden haben. Beraten. Okay. Warteschlangen voll. Okay. Parkplätze. Und so. Ja. Okay. Ähm. Bauen. Wie teuer ist eine Straße? 300. So. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder Geld einnehmen. Äh. Und die müssen erstmal die Straße fertig kriegen. Danach können sie auch hier hoch fahren. Und äh. Wir haben dann genug Parkplätze erstmal. Lauf ich mal. Ähm. Ja. Parkplätze. Bauteschlange. Okay. Und. Ja. Ich habe noch keine Sorgen. Das ist mir einfach zu teuer. Das war hier die. Das ist die Baute. Hey. So. Ein Idiot. So. Gucken wir mal. Wie weit ist denn das jetzt? 53. Okay. Also das heißt. Ungefähr im nächsten Part bekommen wir das dann. Ähm. Fertig. So. Ein paar mehr Parkplätze. So viel sind das jetzt nicht. Aber wir können schon das Lager. Also das Geschäft erweitern. So. Das ist ein recht gutes Geschäft. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ich finde es schade. Man kann hier jetzt nicht. Mh. Kredite annehmen. So wie es aussieht. Wie geht das hier drüben? Finanzen. Schade. Sehen wir auch mit den Parkplätzen. Okay. Okay. Neuer Tag hat begonnen. 700 Gma rein. Mit Minus. Naja. Okay. Ähm. Aber wir müssen ja irgendwann mal Plus machen. Ja. Vielleicht jetzt wenn wir mehr Parkplätze haben. Vielleicht machen wir da mehr Plus. Okay. Also ähm. Erstens. Ich merke die Parkplätze reichen jetzt vollkommen aus. Zweitens merke ich, dass das Geschäft Einsätze wirklich so sehr ausgelastet ist, dass ich mehr Personal brauche. An Kassierern. Wir haben vier Warterschlangen. Äh. Kassierer einstellen. Eins. Zwei. Kommen wir mal drei. So und zwar Kassierer. Ist jetzt äh. Äh. Sortieren. Äh. Ne. Hier. Kassierer. Der beginnt um Sechse. Der beginnt um Sechse und der beginnt um Sechse. Der beginnt um Zwölfe. Der beginnt um Zwölfe. Der beginnt um Zwölfe. Der beginnt um Zwölfe. Aber kein acht Stunden sondern sechs Stunden habe ich gesagt. So und der sechs Stunden beginnt um Zwölfe. Dann haben wir eigentlich noch ein Kassierer übrig. Genau der arbeitet auch sechs Stunden. Und dann haben wir vier pro Schicht. Das muss doch mal reichen. Und ich würde mal sagen ob das reicht. Sehen wir im nächsten Part. Weil ich den ganzen Part gefahren habe. Gibt noch mal rum. Wenn nicht einen da unten. Schreibt mir in den Kommentaren. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt er mir das zu Wort. Und ich sehe gerade ja. Das ist falsch gebaut. Ist mir jetzt aber auch egal. Tschau tschau. Du bist dann. Und dann das so.